Nachgefragt in der Hauptstadt bei Daniela Fates, der Chefkorrespondentin vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Grüße Sie ganz herzlich in Berlin. Schönen guten Tag. Also um darauf noch mal zu sprechen zu kommen, was wir gerade im Programm hatten. Ist denn die Kanzlerin die zögernde oder ist die gesamte Koalition so zögerlich, dass wir da irgendwie immer wieder kritisiert werden? Deutschland kommt nicht voran. Was ist so Ihr Eindruck? Naja, die Koalition hat sich eigentlich festgelegt auf ein Klimaschutzgesetz. Wenn man die Kanzlerin so hört, dann soll das auch kommen in diesem Jahr noch. Das Problem ist nur, dass Union und SPD sich da nicht so richtig einigen können. Da gibt es große Befürchtungen in der Union, dass Klimaschutz der Wirtschaft schaden würde. Ich glaube, es würde schon auch was helfen, wenn man da sozusagen die Vorzeichen der Debatte etwas ändern würde und Klimaschutz eben auch als Chance zu begreifen und nicht immer Angst zu haben, dass da Planwirtschaft oder ähnliches drohen würde. Könnte ja jetzt im Koalitionsausschuss, der heute Abend sich zusammenfindet, ein Thema sein, aber wird es wahrscheinlich nicht sein. Es gibt ja andere Themen. Zum Beispiel weniger Geld ist da. Dafür will man aber von Seiten der SPD beispielsweise die Grundrente einführen. Andere wollen den Soli abschaffen. Das muss alles bezahlt werden. Geld ist wahrscheinlich jetzt gerade das größte Problem in Berlin, oder? Genau. Die neue Steuerschätzung hat sozusagen da auch die Vorzeichen verändert. Olaf Scholz, der Finanzminister, hat ja schon gesagt, es steht jetzt weniger Geld zur Verfügung. Und den Koalitionspartnern ist durchaus bewusst, dass das bedeutet, dass man eben nicht mehr alles so machen kann, wie man sich das in wirtschaftlich besseren Zeiten vorgestellt hat und im Zweifel von seinen Wünschen Abstriche machen muss. Die Frage ist, wer da wo Abstriche macht. Und da wird natürlich der eine Koalitionspartner darauf achten, dass es bei sich genauso gestrichen wird wie beim anderen. Und interessant könnte auch werden, welches Thema man sich für den Wahlkampf aufhebt, oder? Das ist natürlich auch noch so etwas, was immer mitschwingt, eine strategische Überlegung in Koalitionsrunden etwas zu fordern, was dann nicht erfüllt wird oder nicht erfüllt werden kann, damit man auch noch eine Forderung übrig hat für den Wahlkampf. Durchaus möglich, dass das vielleicht die Grundrente bzw. ein Teil der Grundrente, die Bedürftigkeitsprüfung sein könnte. Das wird man sehen. Das kommt ja auch darauf an, wie schnell so ein Wahlkampf kommen würde. Apropos Koalition und Parteien. Nun gab es gestern die überraschende Nachricht, dass bei der CDU Klaus Schüler aufhört. Der ist der Bundesgeschäftsführer, bisher jedenfalls noch. Nun haben schon viele gesagt, oh oh, da geht der Erste von den Vertrauten von Merkel schon mal mit dem Hinweis, dass er demnächst auch nicht mehr Kanzlerin ist, jetzt auch schon nicht mehr Parteivorsitzende. Was bedeutet dieser Weggang eigentlich für den aktuellen Status auch? Wir sind ja im Wahlkampf. Tja, also Herr Schüler war ja 30 Jahre lang im Konrad-Adenauer-Haus, davon ungefähr zwölf Jahre, glaube ich, Geschäftsführer. War der Chefwahlkampforganisator in der Tat von Merkel und ist sehr, sehr eng natürlich mit der Kanzlerin verbunden. Dadurch, dass sie jetzt aufhört und ist er sozusagen auch so ein bisschen auf dem Abstellgleis gelandet. Und es ist ein wenig auch verständlich, dass Kramp-Karrenbauer, die neue Parteichefin, sich da mit eigenen neuen Leuten umgibt, wenngleich sie gestern auch ihr großes Vertrauensverhältnis natürlich zu Herrn Schüler betont hat. Ich glaube, es ist schon so, dass sich die Parteichefin nun jetzt auch so schnell wie möglich einstellt, darauf neue Wahlkämpfe zu führen. Sie hat ja auch schon Personal, was da sofort nachrücken könnte. Ich finde es eher erstaunlich, dass Herr Schüler sozusagen noch ein halbes Jahr sogar auf dem Posten war, also seine Parteichefin quasi überlebt hat. Okay, das lassen wir mal so stehen. Und jetzt die Frage, weil Sie es gerade auch schon gesagt haben, da sind ein paar Leute im Nachrücken. Wer könnte denn kommen? Weil es ist ja keine unbedeutende Position, nicht? Das ist eine sehr, sehr wichtige Position. Eben wie gesagt, der Wahlkampf wird dort organisiert. Es ist die strategische Chefstelle der Position des Hauses, der CDU-Zentrale. Und es gibt Spekulationen, dass da ein sehr, sehr enger Mitarbeiter, der auch jetzt schon in der Parteizentrale ist, ein sehr enger Mitarbeiter von Kramp-Karrenbauer, dort auf diese Position rückt. Nico Lange, der sie auch schon im Kandidatenprozess eng begleitet hat, der jetzt auch schon sozusagen der Chefeinflüsterer ist, ist der Parteichefin. Und das wäre eine sehr, sehr logische Besetzung dieses Postens. Gut, warten wir ab. Sind wir gespannt. Ist Sache der CDU intern. Franziska Giffey, sie ist Bundesfamilienministerin. Und da gibt es ein Problem mit ihrer Doktorarbeit. Und das treibt viele in Berlin um. Wie wird darüber gerade geredet? Es wird ja zwar nochmal geprüft, jetzt auch von der Uni, aber Roni Plack hat schon festgestellt, da gibt es sehr viele Unregelmäßigkeiten. Wie wird das gerade diskutiert? Nun ja, Franziska Giffey hat es selber offen gelassen. Sie hat gesagt, sie wartet die Universitätsprüfung ab und die SPD sitzt da, ist da stark bei ihr. Klar ist natürlich, das sollte die Universität feststellen, dass da das Roni Plack, der die Internetseite recht hat mit seinen Vorwürfen und da sehr, sehr viel abgekupfert worden ist und die wissenschaftliche Arbeit sozusagen mangelhaft ist, dass Giffey dann ein Riesenproblem hätte, in diesem Amt weiter zu bleiben. Und die CDU in Person von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hat da ja auch schon ihre Tonlage zugespitzt und hat darauf eben hingewiesen, dass das dann ein Problem wäre für die SPD. Daran sieht man schon auch, dass es sehr, sehr stark in den Wahlkampf zugeht. Denn die Parteichefin, das ist eigentlich nicht die Person, die sich auf so eine Ebene normalerweise begibt. Ja, aber die andere Parteichefin, ja, bei Schawan, ja, Sie erwähnen es gerade, ich wollte gerade sagen, gleiches Maß für alle beim Messen. Also gestern hat ja noch Frau Nahles das ein bisschen abblitzen lassen, relativ kühl. Genau, aber das ist schon was, was sich die SPD wird anziehen müssen. Also Andrea Nahles hat ja selber damals noch als SPD-Generalsekretärin die damalige Bundesbildungsministerin Annette Schawan sozusagen aus dem Amt getrennt oder zum Rücktritt aufgefordert, wenn man so möchte. Und das wird die CDU ihr jetzt immer wieder vorhalten. Und da wird Nahles sozusagen von ihren eigenen Zitaten eingeholt werden. Fragen wir uns, wie lange das geht. Vielleicht schafft man es bis nach der Wahl. Wir sind gespannt. Dankeschön für die frischen Informationen aus der Hauptstadt Daniela Fartis.